BigBlueButton, was sich mit der Version 2.6 geändert hat. Direkt beim Betreten von BBB gibt es jetzt einen neuen Audiotest. In diesem können Audioeingang und Ausgang unmittelbar überprüft werden und die Audiolautstärke kann über einen visualisierten Balken kontrolliert werden. Der Audiotest kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt über den kleinen Pfeil am Mikro-Icon jederzeit neu aufgerufen werden. Über dasselbe Menü kann auch zwischen mehreren vom System erkannten Audiogeräten gewechselt werden. Anders als bisher wird auch die Audioverbindung über den kleinen Pfeil und den Menüpunkt Audio beenden beendet. Einen separaten Audio-Beenden-Button gibt es, anders als bei den früheren Versionen, nicht mehr. Direkt über den Mikro-Button stellt man die Stummschaltung ein oder aus. Beim Verbinden der engen Webcam kann man nun auch einen eigenen Webcam-Hintergrund hochladen. Hierfür den Scrollbalken unterhalb der Einstellungen zum virtuellen Hintergrund nach rechts schieben, auf das Plus-Icon klicken und über Bild vom Gerät hochladen das gewünschte Hintergrundbild auswählen. Es erscheint nun in der Liste mit den Hintergrundbildern und kann durch Anklicken als aktueller Hintergrund aktiviert werden. Der Dialog muss nicht mehr bestätigt werden, das Klicken genügt. Ebenfalls neu ist, dass man die Helligkeit des Webcam-Bildes ändern kann. Hierfür gibt es einen separaten Regler. Möchte man zu einem späteren Zeitpunkt während einer Session das Hintergrundbild wechseln oder ausblenden oder die Helligkeitseinstellung verändern, navigiert man über den kleinen Pfeil am Webcam-Icon und dort über grafische Effekte zum Menü. Auch das Menü Erwartete Einstellungen würde diesen Zweck erfüllen. Es bietet aber zusätzlich die Möglichkeit, die Webcam zu beenden, eine weitere Webcam zu aktivieren oder alle eigenen Webcams auf einmal zu beenden. Die Webcam lässt sich aber auch über einen einfachen Klick auf das Webcam-Icon unterhalb der Präsentationsfläche jederzeit ausschalten. Über das Einstellungsmenü oben rechts und Einstellungen öffnen, kann sich jeder und jeder den Dark-Mode für eine laufende Session aktivieren. Nach dem Aktivieren wird die Änderung mit Klick auf Speichern bestätigt. Die Einstellung wird im Browser auch für das zukünftige Starten von BBB gespeichert. Für Personen in der Rolle Moderator oder Präsentator gibt es ebenfalls viele neue Features, die die Usability betreffen. So kann zum Beispiel das Session-Layout jetzt leichter an alle verteilt werden. Über das Plus-Icon unten links, das Teilnehmer nicht sehen können, kann über die Layout-Einstellungen aus einem Auswahlmenü mit vier verschiedenen Layout-Typen ausgewählt werden. Mit dem Schalter Layout bei allen anwenden kann das Layout automatisch verteilt werden. Alternativ können Präsentatoren und Moderatoren sich ihr Wunsch-Layout zuerst zurechtklicken und dann über den Button Layout verbreiten das Wunsch-Layout an alle verbreiten. Möchten TeilnehmerInnen das Layout nur für sich individuell gestalten, können sie das jederzeit durch ein Verschieben der Elemente mit der Maus machen. Personen in der Rolle Präsentator können Dateien, zum Beispiel Präsentationen, auch mit den enthaltenen Annotationen jetzt über den Chat verfügbar machen. Dafür im Menü Präsentation hochladen verwalten, die entsprechende Präsentation anwählen und An-Chat senden klicken. Die TeilnehmerInnen können dann die Präsentation herunterladen, indem sie Download im Chat anklicken. Auf diese Art lassen sich neben PDF-Dateien auch Office-Dateien und Bilder über den Chat ganz einfach verteilen. Mit BBB 2.6 kam ein neuer Umfragetyp hinzu, bei dem eigene Items erzeugt werden können. Bislang konnte nur aus vorgegebenen Vorlagen ausgewählt werden, zum Beispiel Ja-Nein, War-Falsch, ABCD. Nun können zusätzlich mithilfe der benutzerdefinierten Umfrage Items individuell beschriftet werden. Hierfür wird zunächst der Schalter Benutzerdefinierte Umfrage aktiviert. Danach werden die Optionen eingetippt oder mithilfe einer vorbereiteten TXT-Datei hochgeladen. Die TeilnehmerInnen sehen dann die Items nach dem Starten der Umfrage und können sich wie gewohnt beteiligen. Achtung, es bleibt dabei, im Standard ist die Umfrage nicht anonym. Dies kann aber durch einen Schalter geändert werden. Ebenfalls neu, die Umfrageergebnisse wurden in früheren Versionen an den unteren rechten Rand einer Präsentation angeheftet. Nun erscheinen die Umfrageergebnisse direkt auf der Präsentationsfläche und lassen sich mit den Whiteboard-Werkzeugen verschieben und editieren. Neuerdings kann man geteilte Notizen und Präsentationen aus Gruppenräumen mit ins Plenum nehmen. Bislang waren mit dem Beenden von Gruppenräumen auch die darin erarbeiteten Artefakte weg. Seit der Version 2.6 gibt es die Möglichkeit, sowohl die in der Gruppenphase annotierte Präsentation als auch die geteilten Notizen zu übertragen. Hierfür werden von der Person, die die Gruppenräume erstellt, die gewünschten Optionen im Vorfeld angehakt. Nach Beendigung der Gruppenräume sind dann die entsprechenden Artefakte über das Plus-Menü von einer Person in der Rolle Moderator oder Präsentator aufrufbar, sodass Ergebnisse im Plenum gezeigt und diskutiert werden können. Über ein neues Untermenü können geteilte Notizen auf die Präsentationsfläche geheftet werden und dort gemeinsam bearbeitet werden. Das bietet sich dann an, wenn im Rahmen einer Session das gemeinsame Arbeiten an den geteilten Notizen im Fokus steht. Die TeilnehmerInnen müssen sich dann nicht extra in das Menü geteilte Notizen begeben, stattdessen ist das für alle präsent im Zentrum. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, geteilte Notizen in eine Präsentation umzuwandeln. Hierbei wird ein PDF generiert und auf der Präsentationsfläche sichtbar. Das PDF kann dann auch über Präsentationen verwalten aufgerufen werden und zum Beispiel über die Funktion an Chat senden allen TeilnehmerInnen als Download verfügbar gemacht werden. Allerdings können die geteilten Notizen auch wie gewohnt über das Menü geteilte Notizen von allen heruntergeladen werden. Schließlich gibt es ein völlig neues Whiteboard mit fortgeschrittenen Annotationstechniken. Im Hauptmenü an der rechten Seite finden sich die Grundwerkzeuge. Auswählen, Fläche verschieben, das geht nur, wenn man gezoomt hat, Malen, Radieren, Formen zeichnen, Rechteck, Kreis, Dreieck, Linie, Pfeile zeichnen, Text schreiben und Notizen machen, Sticky Notes oder Post-its. Formen kann man mit Text beschriften, hierfür einfach Doppelklick und lostippen. Über die rechte Maustaste kann man Formen außerdem duplizieren, spiegeln oder beispielsweise sperren. Auch Tastatur-Shortcuts erleichtern die schnelle Arbeit mit dem Whiteboard. Die Gesamtübersicht lässt sich rechts oben einblenden, die wichtigsten Befehle sind P für Pencil, E für Eraser und T für Text. Wenn man den Stil der Elemente verändern möchte, kann man das über das Menü Stile machen. Hier kann man die Farben ändern, Formen farblich ausfüllen, den Stil der Striche ändern und auch die Textgröße. Über Offenhalten stellt man ein, dass das Menü geöffnet bleibt. Anders als bisher kann man nun Annotationen hin und her schieben, in der Größe verändern und so besser zusammenarbeiten. Achtung, der Mehrbenutzermodus befindet sich jetzt unterhalb der Präsentationsfläche. Eine annotierte Folie kann sich jeder herunterladen oder wie zuvor gezeigt, stellt man sie in der Rolle Präsentator über den Chat zur Verfügung.